Musik Ist ja immer so eine Sache, so ein paar Wochen vorher kommen dann Ralf und Claudia an und sagen, ja, dein Talk und reich den doch jetzt mal ein. Und ich weiß nicht, wie ihr das so macht, aber ich weiß immer erst einen Tag vorher, was ich eigentlich wirklich erzählen will. Also habe ich das mal die dritte Welle genannt, denn die findet gerade statt. Das hat was mit diesen Hype-Zyklen zu tun. Ich will euch jetzt nicht mit irgendwelchen Kurven irritieren, aber dass es diese in der Podcast-Landschaft gab, ist sicherlich unbestritten. Das ging dann mal los, so 2005 unter dem schönen Slogan Radio Reborn prangte auf einmal auf Apples Webseite die Ankündigung, dass ja iTunes jetzt auch Podcast kann. Und das hat dann auch schon mal eine Welle losgetreten, denn auf einmal war das Wort ein bisschen in der Welt. Diejenigen, die ihre Nase etwas tiefer im Web hatten, hat es natürlich schon vorher mitbekommen. Im Prinzip hat sich das so ein, zwei Jahre vorher so langsam entwickelt. Und wie das immer so ist im Internet, irgendwann kriegt das eben so einen gewissen Schwung. Und zur Erinnerung, das war eine Zeit, da gab es noch kein YouTube. Das sind ja immer so Dinge, die man sich nicht so richtig vorstellen kann. Viele Fragen der Medienverbreitung und des Medienkonsums waren damals auch noch nicht beantwortet. Man hätte damit rechnen können, dass Podcasts das nicht überleben. Und trotz alledem gab es halt diesen ersten Hype und es ist ja immer so dieses Ding gewesen, so oh Gott, die Welt stellt fest, das Internet kann jetzt auch Audio, wird das Radio überleben und so weiter. Wie das ausgegangen ist, wisst ihr ja. Trotz alledem, trotz Begeisterung bei den Ersten, die dabei waren, gab es halt große Skepsis, insbesondere bei den Leuten, die ohnehin schon professionell ins Mikrofon gesprochen haben, also dem öffentlichen Rundfunk vor allem. Ich würde mal nicht sagen, dass jetzt da niemand davon Notiz genommen hat, aber es war alles sehr zurückhaltend. Trotz alledem, wie das so ist, gerade in Deutschland, haben sie natürlich gleich Vereine gegründet und da gab es dann auch gleich zwei davon, also die jüdische Volksfront und die Volksfront von Judäa und Preise wurden verliehen und man hat sich so ein bisschen gefeiert und danach verschwand das Podcast-Wesen wieder unter dem Radar, weil dann kam ja YouTube etc. und man musste über andere Dinge sprechen. Sprich, diese Szene ging danach erstmal in eine Phase der Konsolidierung. Es wurde halt im Wesentlichen einfach weitergemacht. Und dann war noch ein Hype. Das lässt sich jetzt so zeitlich ein bisschen schwer einklammern, deswegen habe ich das hier mal grob gefasst. Irgendwo so 2008, 2011 stellte irgendjemand fest, Podcast gibt es ja immer noch. Schock, schwere Not. Woran lag es? Es lag schlicht daran, dass Mobilfunk auf einmal ein Ding wurde. 3G kam raus, LTE war schon am Horizont, Mobiltelefone waren auf einmal ein Ding, es gab ein iPhone und man konnte sich so langsam vorstellen, dass dieser ganze Konsum der Medien anders abläuft und nichts hat so sehr in der Zeit davon profitiert wie Podcast, weil im Prinzip die letzte Schwelle eingebrochen ist, die ja noch im Wege stand, die den Podcast-Konsum vorher so schwierig gemacht hat. Ich weiß noch, als wir die ersten Sendung online gestellt haben, das ist noch 100 Megabyte, bist du denn wahnsinnig? Wer soll denn das runterladen? Da brauche ich ja stundenlang mit meinem Modem, da muss ich mich ja einwählen. Das ging dann alles weg und Podcast ging aber nicht von alleine weg und das war auch ganz gut so. Radio war dann etwas präsenter, sie tauchten natürlich bei iTunes auf, aber man hatte immer noch nicht so richtig den Eindruck, dass das eigentliche Wesen des Podcastings an der Stelle groß verstanden wurde. Interessant ist, dass in dem Fall auch Audio und Video komplett unterschiedliche Wege gegangen sind. Während sich dort alles sehr schnell auf Plattformen, vor allem natürlich YouTube nicht nur, aber vor allem geworfen hat und da so ein Lean-Back-Konsum eingestellt hat, brauchten einige erstmal eine Weile, um zu verstehen, dass Podcasting und überhaupt der Audio-Konsum eigentlich ein ganz anderes Nutzerprofil hat. Nebenbei, in der Zeit startete auch Flatter durch, das erwähne ich jetzt, weil Geld jetzt hier gleich noch eine sehr große Rolle spielen wird und da habe ich mich verklickert. Ne, da hat sich irgendwie die Software verklickert. Auf jeden Fall, jetzt sind wir in dieser dritten Welle und ich denke, das ist jedem schon letztes Jahr so ein bisschen klar geworden, da gab es dann halt vor allem den Hype in den USA, wo ja Podcasts von Anfang an schon sehr stark waren, aber wo sich jetzt eben auch gezeigt hat, nicht nur, dass das weiter gehört wird und nicht nur, dass das quasi nicht weggeht, nein, das Interesse steigt extrem, dann gab es zwei, drei Leuchtturmprojekte, ja, Serial etc., diese ganzen Projekte, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, ob gerechtfertigt oder nicht und in diesem Zuge hat sich eigentlich, glaube ich, langsam ein Verständnis dafür eingestellt, was Podcasts eigentlich sind. Dass Podcasts einfach ein Medium sind, Medium ist, was anders funktioniert als alle anderen. Dass dort Persönlichkeit eine größere Rolle spielt, dass Communities dort anders funktionieren, dass da eine andere Kommentarkultur herrscht etc. Also Podcasts sind einfach immer noch das persönlichste Medium auf dem Netz und werden es meiner Meinung nach auch bleiben. Es ist naturgemäß das diskussionsfreundlichste Medium und von daher einfach auch der Ort, wo wir jetzt sehen, zum Beispiel in den USA, in Zeiten dieser politischen Spannung, wie dort eine Debattenkultur quasi neu gestartet wird über dieses Medium, was so im Fernsehen nicht stattfinden kann und auch in Text nur ansatzweise stattfinden kann. Das bildet sich jetzt vor allem in Podcasts ab. Ja, und kann man auch nicht oft genug erwähnen, ist halt eigentlich auch das Medium mit der besten Kommentarkultur. Da läuft einiges ziemlich gut. Ob das immer so bleiben wird, kann ich nicht garantieren. Bisher sieht es ein bisschen danach aus. Sprich, Podcaster machen schlicht die Erfahrung, dass Podcasts einfach auf eine ganz andere Art und Weise debattiert werden. Das mag was mit der Zielgruppe zu tun haben, das mag was auch mit dem Fakt zu tun haben, dass man sich im Prinzip als Troll viel zu lange damit rumschlagen müsste und es sich so richtig nicht lohnt, da drauf zu hauen. Es gibt natürlich dann doch immer noch Vereinzelte, aber es ist halt ganz weit weg von YouTube-Kommentarkultur oder Blogs oder Zeitungen etc. Und vor allem ist es das am besten parallel zu nutzenden Medium. Das ist ja auch so ein Vorteil, was wir eigentlich auch immer gesagt haben, aber was, glaube ich, irgendwie nicht so richtig verfangen hat. Dass Leute Podcasts in ihr Leben anders einbauen können und von daher auf einmal diese Zeit auch aufbringen können, wo vorher alle gesagt haben, zwei Stunden bist du wahnsinnig, wann soll ich das hören? Stellt sich raus, ist eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Und die Bandbreite ist relativ groß, wo man das alles hören kann. Na, wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, springst du dann rüber? Natürlich. Geht das nicht los? Hallo und herzlich willkommen zu Forschergeist. Heute werden wir uns über Bienen unterhalten. Der Siegeszug des Automotors, der hält noch an. Ende in Sicht? Ich weiß gar nicht. Was hat denn diese digitale Evolution ausgelöst in der Schule und was hätte es denn noch alles auslösen müssen? Wir sind Wüstenforscher. Warum haben Sie hier stiegen in die Wissenschaft gewählt? Ich weiß nicht oft, dass ich damals den Film bei uns von der Rabin gesehen habe. Konkret steht heute im Mittelpunkt die Organisation Wissenschaft im Dialog. Welche Rolle spielt Wasser in der gesamten Ökologie einer Stadt? Ganz für die deutsche Wissenschaft mit dem Thema Verkehrsforschung. Was ist denn so der Stand der Dinge eigentlich im Bereich Autonomes Fahren? Was haben wir eigentlich für ein Wissenschaftssystem? Wie verändert sich ein Wissenschaftssystem? Wie verändert sie unser Lernen und Lehren? Wie funktioniert das? Wie hat sich das entwickelt? Vor welche Herausforderungen ist es gestellt? Wie verändert sich ein Wissenschaftssystem? Ja, Entschuldigung, das war jetzt natürlich ein shameless Self-Plug, aber das Video ist tatsächlich, heute wird es quasi öffentlich und ich fand, das passte so gut zu genau dem, was wir eigentlich immer sagen. Podcasts passen einfach überall hin und werden einfach zum Begleiter und deswegen sehen wir auch, dass das Medium aufgegriffen wird, vor allem von Stiftungen, NGOs, die das für ihre Öffentlichkeitsarbeit entdecken. Gerade in der Wissenschaft, denke ich, spielt es eine riesige Rolle. Es bietet die Möglichkeit, auch Kommunikationsstrukturen von innen nach außen wachsen zu lassen, indem man erst mit kleinen Zielgruppen im unmittelbaren Umfeld anfängt und die dann langsam nach außen wachsen lässt und was sich, glaube ich, auch langsam rumspricht, ist, dass Zielgruppen, die Podcasts erreichen, nicht primär über die Quantität bewertet werden sollten, sondern dass hier einfach eine ganz andere Qualität des Hörens oder der Beteiligung vorliegt und das finde ich nach wie vor eine der wertvollsten Sachen und der Podcast ist natürlich auch hervorragend geeignet, um darüber Communities aufzubauen, die wiederum gerade jetzt bei Stiftungen und NGOs, aber auch bei anderen Unternehmensstrukturen durchaus eine große Rolle spielen können. Sprich, der Podcast ist eigentlich das Vehikel, um eine eigenständige Medienpräsenz zu schaffen, jenseits der bisherigen Video und anderen Ansätze, die ich finde, die da nicht so weitreichend sind. Entsprechend können wir in diesem Jahr auch in Deutschland beobachten, dass das auch jetzt auf Verlage und im öffentlichen Rundfunk auch aufs Neue zugreift. Überall starten neue Podcast-Formate. Ja, es wird jetzt im öffentlichen Rundfunk wird es ernst genommen. Das sieht man daran, dass halt eigenständige Podcast-Formate aufgemacht werden, jenseits des normalen 24-Stunden-UKW-Betriebs. Das finde ich super. Man fragt sich natürlich, warum erst jetzt? Ja, wir reden ja seit zwölf Jahren davon, aber so ist das halt nun mal manchmal. Und besonders interessant finde ich, dass Verlage das jetzt begreifen, die halt bisher über Text und Print gearbeitet haben, da sicherlich interessante Informationen haben, aber die eben jetzt mit Podcasts in der Lage sind, einen ganz anderen Kontext zu bringen. Erstmal können sie sich selber auf eine ganz andere Art und Weise präsentieren. Journalisten, Autoren können hier mal Stellungen nehmen und mal ihre Gedanken formulieren, auch ihre Meinungen unterbringen, auf eine ganz andere Art und Weise, als das normalerweise läuft. Und so sehen wir das zum Beispiel. Tetra N, dieses Tech-Magazin, hat schon lange in Podcasts, hat das jetzt auch nochmal neu angegangen, Spiegel Online hat jetzt gleich mehrere Formate gestartet, Zeit Online desgleichen. Wird man sehen, wie erfolgreich das ist. Ich fand die Vorstöße auf jeden Fall interessant, weil Podcasts spiegeln einfach Kompetenz und Persönlichkeit wieder und das ist halt einfach auch mal sehr wichtig. Gerade so im Zeitalter des Lügenpressegeschreis müssen wir einfach auch neue Kanäle wagen, um dort ein Vertrauenslevel herzustellen, der vielleicht so derzeit nicht mehr existiert, egal ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Trotz alledem gibt es auch noch private Podcasts nach wie vor, oft verschrien, aber meiner Meinung nach nicht nur zahlreich, sondern einfach mal total wichtig. Gerade hier in der Community haben wir gesehen, private Podcasts sind einfach sehr viel experimentierfreudiger, treiben damit die ganze technische Entwicklung voran, treiben aber auch die Formatentwicklung voran. So Dinge wie Interviewformate waren in der normalen Radiolandschaft geradezu ausgestorben, sind im Podcast der totale letzte Schrei, immer noch, weil es einfach super funktioniert und der Podcast da die richtigen Voraussetzungen mitbringt. Von daher sind private Podcasts einfach wichtig für das Ökosystem als Ganzes und sollten eben auch nicht komplett separat gesehen werden jetzt von irgendeiner Professionalisierungsstruktur, die jetzt stattfindet, finde ich sehr wichtig und es ist halt auch insofern interessant, als dass das so ein bisschen der Geburtsnebel von selbstständiger Tätigkeit ist. Ich kenne viele Leute, die über den Podcast überhaupt erst so auf diesen Gedanken gekommen sind, vielleicht sollte ich mich mal außerhalb von irgendwelchen Organisationsdenkmustern entwickeln und hier habe ich etwas, wo ich im Prinzip alle Werkzeuge selber in der Hand habe und die, die ich nicht habe, die kann ich mir sicherlich irgendwie erarbeiten. Das sehe ich an vielen Stellen. Mich selbst hat das von Anfang an so geprägt und das wird sicherlich noch mehr werden, zumal es jetzt ja auch andere Möglichkeiten gibt, hier vielleicht Geld zu verdienen. Grundsätzlich steht natürlich der private Podcast so im Spannungsfeld von Zeit versus Geld. Ist ja klar, weil irgendwoher muss die Pinke ja herkommen. Da machen sich jetzt viele Gedanken dazu und ich werde auch noch mal ein paar Gedanken dazu jetzt hier im Detail abliefern. Aber weil ich jetzt hier auch noch mal den Proton-Podcast links oben drauf gesetzt habe, an der Stelle vielleicht eine kurze Erinnerung an Detlef Breitenbach, der bei dem Podcast maßgeblich beteiligt war, der vor kurzem verstorben ist. Blackmag42, vielleicht kanntet ihr ihn, vielleicht nicht. Auf jeden Fall ein typischer Vertreter, hat selber was gemacht, hat immer aktiv mitgemacht, hat kommentiert und hat das Medium beworgen. Wirst uns fehlen, Detlef. Mach's gut. Andere Sorgen. Geld sorgen. Jetzt wird's knifflig. Ich hab ja noch andere Hobbys, nämlich hab ich dieses Jahr Buchhaltungen für mich entdeckt. Ist total super. Also kann ich euch nur empfehlen. Ist nämlich eigentlich gar nicht so schwierig und hat extreme Glücksmomente zur Folge, wenn man da erstmal den Durchbruch gemacht hat. Also im Prinzip vergleichbar mit Podcasting. und ja, Monetarisierung, das ist ja so ein Wort, was überall rumfliegt, auch hier schon mehrfach in der Vorstellungsrunde genannt. Und wir beobachten im angelsächsischen Raum, dass Monetarisierung im Prinzip bedeutet Werbung. Weil keine Ahnung, was mit denen ist, aber die finden halt Werbung irgendwie total dufte. Ist halt so. Und deswegen machen das da auch alle und darüber sind sicherlich auch einige schon ganz gut in die Spur gekommen. Keine Frage. Im Resteuropa gibt's mehr Befindlichkeiten. Ich teile die, manche teilen die vielleicht nicht in demselben Maße. Für mich war es immer ein bisschen problematischer, dass Werbung eigentlich von dem, was ich machen will, wieder etwas wegnimmt. Weil alte Sage, was Brot ich esse, das Lied ich singe, man hat dann doch schon eine Schere im Kopf und ich mag's einfach nicht, dass sich da quasi die Botschaften anderer Leute mit meinen Botschaften vermischen. Ich denke, das ist etwas, worüber man zumindest mal nachdenken sollte. Wer mit Sponsoren arbeitet und dann finanzierte Formate hat, wie ich das ja auch habe, da ist es einfacher. Problemlage ist natürlich auch ähnlich, das muss letztlich natürlich jeder mit sich selber abmachen, aber so oder so, wir brauchen irgendwie andere Möglichkeiten und Spenden und Bezahlsysteme treten jetzt aus dem Schatten heraus. Wir sehen auch hier eine ganz neue Entwicklung, dass zahlreiche neue Plattformen oder sonstige Hilfeanbieter hier mit auf den Tisch steigen und deswegen möchte ich jetzt mal mit Zahlen hantieren, weil ich habe mal ein bisschen nachgerechnet. Wie denn das so ist mit den Spenden und wie das so ist mit den Einnahmen. Irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Es gibt eine Spendenbereitschaft, Leute verstehen, dass Leute, die ihre Zeit dafür opfern, dass man selber seine Zeit besser nutzen kann, dass die in irgendeiner Form auch eine Unterstützung brauchen. Jetzt haben wir in Europa das schöne SIPA-System, Single-Payment-System, wo alle Banken angeschlossen sind, alle normalen Konten drüber laufen und wo man ja vor allem relativ günstig Geld überweisen kann. Das ist ein Vorteil. Hier geht es also jetzt erstmal um direkte Zahlungen. Man kann hier Daueraufträge einrichten. Das ist natürlich etwas Arbeit. Im Falle von PayPal als populärstes elektronisches Geld oder internetbasiertes Geld gibt es halt auch diese Subscriptions, die auch schon so ein bisschen knifflig aufzusetzen sind, aber die auf jeden Fall existieren und natürlich gibt es hier auch Probleme. Unter anderem hat man auch hohe Mehrkosten, insbesondere bei PayPal für niedrige Spenden beziehungsweise je nachdem, was man so für ein Bankkonto hat, können die Konditionen auch solche Kosten für Einzelüberweisungen mitbringen. Das sollte man auf jeden Fall mal bedenken. Problematisch ist hier natürlich, dass das alles nicht so gut automatisierbar ist. Es geht schon so ein bisschen, aber könnte auch schöner sein. Da haben die Banken sicherlich noch einiges nachzuholen. Ob sie das tun werden, weiß ich allerdings nicht. Aus buchhalterischer Sicht ist das allerdings trotzdem alles relativ gut abzurechnen. Jetzt gibt es Zahlungsplattformen. Flatter, mehrfach erwähnt, schon lange im Gespräch, insbesondere in der Podcast-Landschaft. Patreon ist vor ein paar Jahren dazugekommen, eigentlich so aus dieser YouTube-Welt herausgeboren. Steady ist jetzt ein neuer Vertreter aus Berlin, der den deutschen Markt auf eine ähnliche Art und Weise angeht. Und ich werde jetzt hier auch noch mal was Neues vorstellen, was wahrscheinlich kaum einer kennt. Das kannte ich auch bis vor kurzem selber noch nicht. Habe auch noch nicht zu viele Erfahrungen damit gesammelt. Von daher bin ich da auch ganz zurückhaltend. Aber Liberapay ist zum Beispiel noch mal ein anderer Ansatz, der auf Non-Profit-Basis agiert. sage ich gleich was zu. Ach, Flatter. Ist ja kein Geheimnis. Also ich habe das Projekt von Anfang an prima gefunden, weil mir einfach dieses Modell gut gefiel. Vor allem, dass man hier eine Kostenkontrolle hatte. Flatter 1.0 war ein System, wo man halt einen festen Betrag gesetzt hat, den man monatlich entbehren kann. Und die Verteilung dieses Geldes ging dann halt mehr oder weniger automatisch. Es gab halt da Buttons, die könnte man auch teilweise als Subscriptions benutzen, was vielleicht nicht jeder wusste. Es gab dann auch einen zarten Versuch, das Ganze in Podcast-Apps zu integrieren. Das ist dann leider gescheitert. Vor allem an iTunes, die es als erstes gekillt haben. In der Android-Welt existiert das noch. Aber es hat halt nie so richtig den Durchmarsch angetreten. Hier wurde dann wiederum, das Geld muss ja auch irgendwie landen, mit PayPal gearbeitet, mit Moneybookers, was dann später Skrill hieß. Dann fiel PayPal weg. Dann kam SEPA dazu. Und dann sah es schon wieder ganz gut aus. Trotz alledem, diese Woche wurde halt die Version 2.0 angekündigt. Und die macht leider mit einigen Sachen jetzt Schluss, die ich eigentlich ganz gut fand. Zunächst einmal wird von Euro auf US-Dollar umgestellt, was nicht so schön ist. Bezahloptionen sind jetzt nur noch Kreditkarten. Die Popularität von Kreditkarten in Deutschland kennt ihr. Das geht so. Und außerdem musste Flatter der Realität sich entgegenstellen, dass halt auch Payment Gebühren aufwirft. Die wurden nämlich bisher immer versteckt. Also quasi mit automatisch mitgetragen mit der Plattformgebühr. Und man setzt jetzt auf so eine Browser-Plugin-Integration mit Auto-Flatter. Erfahrungen kann man damit noch nicht haben, weil das startet jetzt erst. heißt, ich weiß noch nicht so recht. Patreon wiederum hat von vornherein auf Subscriptions gesetzt, was sicherlich sinnvoll ist, weil ich denke, das war immer schon das stärkste Element. Und außerdem war ein sehr guter Move von Patreon, dass sie von vornherein die Creators in den Mittelpunkt gestellt haben. Das heißt, es gab eine Profile-Page, man hatte da sein Bildchen drauf, man konnte sich selber beschreiben, Links etc. Ein bisschen ärgerlich fand ich und finde ich auch immer noch dieser Zwang, dass man dann irgendwie seinen Content dann über diese Seite auch nochmal posten muss, was dann ja im Prinzip den Traffic von der eigenen Präsenz wieder wegzieht. Da bin ich nicht so ein Fan von und man hat auch nur eine eingeschränkte Kostenkontrolle, weil jedes Commitment, was man macht, zählt sozusagen dazu. Und man muss das selber so ein bisschen im Blick halten, man hat nicht so diesen einen Betrag. Aber gut, das muss dann jeder selber sehen. Bei Patreon wird auch dieses Modell gepflegt, dass man halt von vornherein dann auch immer dokumentiert, automatisch, wie viel man denn erhält. Ist vielleicht auch nicht unbedingt jedermanns Sache und vor allem kommt halt hier PayPal zum Einsatz und es entwickelt sich jetzt halt dahin, dass im Wesentlichen diese Dienstleistung von Patreon offenbar eine Paywall-Funktionalität ist. Das sieht man bei populären Anbietern, die über Patreon arbeiten, dass sie halt diese Funktionalitäten jetzt nutzen wollen und in zunehmendem Maße ihren Content hinter so eine Paywall stellen. Naja. Jetzt ganz neu gibt es auch noch irgendwie so eine App-Integration. Weiß noch nicht, da gibt es noch nicht so richtig viel. Sprich, wir werden das irgendwie überall reingewirkt sehen. Steady basiert auf einem ähnlichen Ansatz. Im Prinzip nenne ich das jetzt mal Patreon for Deutschland. Keine Ahnung, ob die da so mitgehen würden, aber im Prinzip ist es sehr ähnlich. Hier gibt es halt auch, Creator werden gelistet, Subscriptions sind quasi das Ding, also man committet sich auf einen monatlichen Beitrag. Hier ist zumindest jetzt nicht so ein Double-Posting des ganzen Contents erforderlich, das finde ich schon mal ganz gut und man hat da auch sehr viel mehr Kontrolle darüber, was quasi über diesen Geldflow dann auch öffentlich wird, weil klar, ich verstehe diesen Incentive mit hier, ich kriege ja schon so viel Geld und jetzt bin ich so erfolgreich und dann erzeugt das so ein bisschen wie so YouTube-Klickzahlen automatisch natürlich auch nochmal so ein Mitreiseffekt. Oh, das ist ja so erfolgreich, etc. Aber das ist halt nicht unbedingt für jede Person das, was man unbedingt möchte, weil damit natürlich auch immer gleich so eine Neiddebatte mitgeht und ich finde, das müsste jeder selber entscheiden, das ist hier möglich. Hier kommt PayPal auch zum Einsatz und soweit ich weiß auch SEPA, da bin ich jetzt gerade ein bisschen wackelig, weil die Dinge entwickeln sich und ich klicke jetzt auch nicht jeden Tag auf allen Webseiten rum. Und auch hier kommen sozusagen mit dem Dienst Paywall Features mit rein. Dass man also sagen kann, bestimmten Content gibt es halt nur, wenn man ein regelmäßiger Unterstützer ist. Da sage ich gleich nochmal was zu. Kurze Vorstellung von LibraPay, das ist ein neues Angebot aus Frankreich, dort hat sich so eine Gruppe aus dem Open-Source-Bereich zusammengetan und mal so eine Non-Profit-Organisation gegründet und gesagt, okay, wir betreiben jetzt einfach mal diese Plattform, wir verteilen ja eigentlich nur Geld und ist nicht nur ein Non-Profit-Unternehmen, sondern die haben sich auch im Übrigen genauso wie Flatter als Payment-Provider angemeldet, da gehe ich gleich nochmal darauf ein, das ist ein relativ wichtiges Detail, hat keine Plattformgebühren, nimmt zwar Geld, aber eben freiwillig, so ähnlich wie das bei Startnext läuft, dass man quasi selber auch LibraPay quasi mit Spenden bedenkt, wenn man diese Plattform nutzt oder eben auch nicht und daraus wollen die sich halt finanzieren. Ob das funktionieren wird, kann ich nicht sagen, ist noch relativ neu, alles am Anfang, ist aber ganz interessant, weil hier auch ganz stark auf SEPA gesetzt wird, im Übrigen auch mit der Unterstützung von Lastschriften, was ich ganz interessant finde, weil sich da viele nicht so richtig rantrauen an den Teil und sie haben auch relativ geringe Payment-Gebühren, also im Wesentlichen eigentlich das, was so anfällt und eben nicht so sehr viel mehr. Dort gibt es auch einen anderen Ansatz, es wird alles auf Wochenbasis abgerechnet, was das ein Vorteil ist, weiß ich noch nicht so richtig, aber ich finde so den Wochenzyklus manchmal eigentlich auch ganz interessant und vor allem wird sich hier von vornherein darum gekümmert, was ich bei vielen anderen Plattformen immer noch vermisse, die Realität ist, oft arbeitet man ja in Teams zusammen und man ist ja nicht immer nur eine einzelne Person, hier kann man sozusagen als Person sich einen Account eröffnen und sich dann in andere Teams reingeben, die Teams können dann auch Ziel von Spenden sein und man kann dann selber im Team entscheiden, wie diese Geldverteilung innerhalb des Teams dann funktioniert. Ja, diese Kosten der Zahlungswege, darüber habe ich mir dann im Rahmen meiner buchhalterischen Spaßhandlung Gedanken gemacht, weil ich das immer nicht so richtig verstanden habe, ich habe immer so nachgerechnet und so, und wie ist denn das jetzt eigentlich so ganz genau und habe festgestellt, dass da eine ganze Menge mehr mit reinkommt, als man vielleicht am Anfang so denkt und deswegen drösele ich das jetzt mal auf für euch. Also, es gibt Plattformgebühren, gut, davon hat jeder schon mal gehört. Irgendwie muss ja ein Dienstleister auch Geld verdienen, im Wesentlichen ist es das. Da kommt dann aber noch hinzu die Kosten des Geldtransfers, PayPal, im Zweifelsfall eben auch SEPA, Kreditkarten etc., da sind alle wiederum andere Unternehmen mit beteiligt, die wollen alle auch noch ihren Schnitt haben, ist ja klar. Dann, gerade in diesem US-Dollar-Euro-Spielchen wird halt auch die ganze Zeit Geld zu aktuellen Kursen hin und her überwiesen und wer schon mal versucht hat, Ausgaben im Ausland nachzurechnen nach Tageskursen, wird sich öfter schon mal gewundert haben, wo das Geld eigentlich bleibt. Das mögen dann hier und da nur Pfennigbeträge sein, bei größeren Summen ist das ja aber auch nicht so ganz unerheblich. Und dann gibt es noch so ein ganz ekliges Thema, nämlich Verluste durch pauschale Umsatzsteuerabgaben. Das ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo ihr komplett abschalten werdet hier bei diesem Vortrag, aber ich finde das mal ganz wichtig, das mal darzustellen und deswegen habe ich mir jetzt mal die Kostenstruktur dieser Plattform im Detail angeschaut. Also ich habe echt Zeit darauf verwendet und habe mal alles versucht nachzuforschen, was denn da eigentlich jetzt zu welchem Zeitpunkt berechnet wird, von was, wie viel Prozent, in welcher Reihenfolge, was, worauf dann wiederum eine Auswirkung hat auf andere Dinge und das ist einfach zum Mäusemelken. Disclaimer, ja, das kann jetzt alles Fehler enthalten, weil manches muss ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen raten, ja, aber ich frage mich halt, was zum Geier muss ich mich da hinsetzen und das alles nachrechnen. Ich vermisse einfach eine Transparenz dieser Plattform, das einfach mal darzustellen. Das ist also wirklich, teilweise wird es überhaupt nicht erwähnt, teilweise ist es so wischiwaschi, dass man wirklich nicht genau weiß, was hier eigentlich Phase ist. So, jetzt kommen wir zu Zahlen. Entschuldigung. Erst mal einfach, wenn ihr eine Spende annimmt über SEPA, also über eine Banküberweisung und ich nehme jetzt mal an, dass euer Konto keine weiteren Gebühren für den Empfang von Überweisungen hat. Manche Konten haben das. Wenn man das nicht will, kann man ein entsprechendes Konto abschließen, dann hat man natürlich Kontogebühren in höherer Form, weil wir ja alle wissen, Banken verdienen mit Zinsen kein Geld mehr. Gehen also 100 Euro rein, dann kommt das mehr oder weniger direkt zu 100% erst mal bei einem an. Jetzt habe ich hier diesen schönen kleinen gelben Balken mit der Umsatzsteuer. Das ist sozusagen euer Ding. Was hier gilt, hängt von euch ab. Privatpersonen erst mal keine, weil man ist halt nicht gewerbetreibend, das kommt halt irgendwie an, das kann man so als Privateinkommen in die Einkommenssteuer schreiben, alles super. Wenn aber jetzt wirklich Podcasting auch dazu beitragen soll, dass man, naja, davon lebt ist vielleicht ein großes Wort, aber das zum Leben beiträgt, dann wird das Einkommen unter Umständen so signifikant, dass man eben sich gegenüber dem Finanzamt da auch mal klar machen muss, das deklarieren muss und dann ist eben die große Frage, ist man umsatzsteuerpflichtig oder nicht, das hängt im Wesentlichen davon ab, wie viel Geld ihr verdient und wenn ihr das seid, in welchem Modus laufen diese Spenden ab, da haben wir dann zwei Steuersätze in Deutschland, 7% und 19%, ich entschuldige mich schon mal bei den Österreichern und Schweizern, ich habe von eurem Steuersystem keine Ahnung, manches mag vergleichbar sein, teilweise sind es jetzt hier auch EU-Sachen, die ich anspreche, aber ich habe alle diese ganzen Betrachtungen ausschließlich aus der Perspektive von Deutschland gemacht, weil das ist dann aus anderen Ländern, gerade mit den internationalen Diensten nochmal eine ganz andere Nummer. So, das heißt, habe ich 0% Umsatzsteuer, bleibt 100% übrig, alles super Spendenanteil da unten, das ist eigentlich die wichtige Zahl, da steht, wie viel Prozent von dem, was gespendet wurde, bleibt über. Unabhängig jetzt von so Fragen wie Einkommenssteuer und so weiter, was kommt überhaupt erstmal an? Leute, die Umsatzsteuer abziehen müssen, erhalten natürlich entsprechend weniger, das geht dann ans Finanzamt. Bei PayPal wird es jetzt schon mal so richtig sportlich, weil bei PayPal kommt ein relativ komplexes Ding zusammen, weil man hier sowohl prozentuale Abzüge hat, die sich also quasi auf die übertragene Summe beziehen, das sind 1,9% und feste Abzüge, die unabhängig von dem Betrag sind und das hat eben zur Folge, weil das eben 35 Cent sind, dass von kleinen Spenden extrem viel abgezogen wird. Überweist also irgendjemand jetzt per PayPal einen Euro, dann bleiben schon nach Abzug der Gebühren fürs Geldtransfer nur noch 63 Cent über. Dann kommt wieder das Spielchen mit der eigenen Umsatzsteuer, das habe ich jetzt hier mal nicht aufgeschlüsselt, beziehungsweise das ist jetzt nur die Tabelle für 0% und so weiter und ihr seht da unten teilweise dramatische Zahlen, also Kleinstspenden über PayPal, ganz schlechte Idee. Also da bleibt wirklich wenig über. Ein kleiner Nebenaspekt, das habe ich hier unten immer noch vermerkt, die Beleglage, weil wenn man sich gegenüber dem Finanzamt dann mal ehrlich machen will, dann ist es auch wichtig, dass man das alles belegen kann. Keine Buchung ohne Beleg und da stehen die total drauf. Ist jetzt für die Abgabe der Steuererklärung erstmal nicht so wichtig, aber wenn sie dann kommen, dann wollen sie das sehen und dann ist es schon mal ganz wichtig, dass man was hat. Hier ist also die Beleglage relativ gut. Hier habe ich das Ganze dann nochmal durchgespielt mit 7%, mit 19%, da ändern sich dann halt die Zahlen, aber das ist halt im Prinzip, könnt ihr jetzt auch einfach nur auf den 0% Bereich schauen und wisst auch alles. Bei Flatter ist es ganz interessant, hier betrug die Plattform Gebühr bisher 10% und das war es dann eigentlich auch. Lustigerweise in den letzten ein, zwei Jahren fiel sogar die weg, weil Flatter eigenständig eingesehen hat, dass der ganze Betrieb dieser Plattform in so einem Hibernation-Modus ist und sie sich gar nicht mehr getraut haben, dafür Gebühren zu nehmen. Das heißt, sie haben sogar noch ein bisschen drauf gezahlt, weil Flatter nämlich auch die ganzen Payment-Gebühren übernommen hat. Das haben sie zwar mal angekündigt, aber das realisiert natürlich nicht jeder. Also insofern war das auch alles ein ganz interessantes Minusgeschäft, weil PayPal-Überweisung, also PayPal war es ja nicht, aber bei SEPA-Überweisungen war es dann sozusagen, also irgendwas fällt auf jeden Fall noch dafür an und das wurde dann eben mitgetragen. Trotz alledem ist hier der erzielte Spendenanteil relativ gut gewesen. Mit 2,0 ist das jetzt ein bisschen komplizierter. Hier werden jetzt 7,5% Plattformgebühr abgezogen und dann nochmal 9% pauschal für Payment von Kreditkarten. Das mal mehr, mal weniger. Die haben halt gesagt, wir machen es jetzt nicht komplizierter, als es sein muss. Wir setzen einfach einen festen Prozentbetrag an. Aber auch hier fehlt mir in der Kommunikation nach außen wieder 9% auf was? 9% nachdem die Plattformgebühr abgezogen wurde oder 9% auf den ursprünglichen Betrag? Steht natürlich wieder nirgendwo. Ist nicht aufgeschlüsselt, macht einen wahnsinnig. Und dann, wenn man da die Zwischensumme gebildet hat, dann kommt wieder das Umsatzsteuerspielchen und dementsprechend kann man halt bei Flatter 2.0. Soweit sich mir das derzeit darstellt, kann auch ein bisschen anders sein, aber so in der Größenordnung dürfte es in etwa stimmen, so ein Spendenanteil von 83,5%. Steady macht jetzt genauso wie Patreon einen bisschen anderen Ansatz. Und zwar ist Steady halt naja, kein Payment Provider. Payment Provider ist ein Status, den man gegenüber dem Staat erwirken kann. Man kann sich als solcher anmelden, dann ist man das, dann ist man bei der BaFin registriert und dann darf man Geld weiterleiten, ohne darauf Umsatzsteuer zu zahlen. Wie man das ja irgendwie auch erwarten würde, so ein bisschen bei einer Bank. Aber wir haben es ja halt nicht mit einer Bank zu tun und das hat eine etwas merkwürdige Berechnung zufolge. Von den 100 Euro gehen halt Gebühren ab, das sind hier 10%. Teilweise, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, gab es vielleicht noch so Early Adopter Richtlinien, wo vielleicht 5% mal zum Einsatz kamen, kann ich jetzt nicht genau sagen. Dann kommen aber auch noch die Gebühren vom Zahlungsanbieter rein. Hier wird es jetzt auch schwammig, weil das eben dann abhängig ist von dem jeweiligen Zahlungsvorgang. Also Paypal, kleine Menge wurde gezahlt, relativ großer Anteil, wurden große Beträge überwiesen, entsprechend geringerer Anteil. Das lässt sich sozusagen so nicht fassen. Immerhin ist das dann später hier Beleglage sehr gut, ist es im Detail ausgewiesen, aber was ich halt auch so ein bisschen störend finde, ist, dass hier auch noch eine Umsatzsteuer mit drin ist und die geht einfach weg. 19% Mehrwertsteuer des Betrags verschwinden einfach, sind weg, die sind beim Finanzamt, weil die pauschal abgezogen werden. Denn ich bin es ja nicht, der das Geld einzieht als Empfänger, als eigentlicher gedachter Empfänger, sondern es ist zunächst einmal ein vorgeschaltetes Unternehmen und dieses Unternehmen führt diese Beträge einfach pauschal ab, weil das ja irgendwie Einnahmen sind für eine Dienstleistung und diese Dienstleistung ist halt nicht, ich kriege mein Geld, sondern es ist halt auf dem Papier eine Lizenzierung des Inhalts. Das ist für sich auch nochmal eine Debatte wert, die will ich jetzt gar nicht groß aufmachen, was es eigentlich bedeutet, wenn ich meinen Inhalt lizenziere und was denn da wiederum drin ist und mit Creative Commons und anderen Nutzungsrechten. Auf jeden Fall kommt das alles davon weg und obwohl halt diese 19% abgehen ist halt auch der Gebührensatz geht halt auf den Bruttobetrag. Ist also alles am Ende nochmal ein bisschen mehr und man kommt unter dem Strich auf 30% raus, die hier weggehen. Bei Patreon ist es noch ein bisschen saubeuteliger, weil hier geht das Ganze ja auch nochmal über den Teich und wird alles nochmal in US-Dollar gemacht. Hier wird auch erstmal 19% Umsatzsteuer abgezogen und weg ist einfach weg. Der Betrag existiert danach nicht mehr. Dann kommen die Plattform Gebühren, die sind hier etwas geringer, dann kommen auch wieder die Gebühren für die Zahlungsanbieter, die habe ich jetzt hier mal geraten, man kann die nicht so klar vorhersagen, das kann mehr sein, das kann ein bisschen weniger sein, das hängt einfach davon ab, wie das gekoppelt ist, wie viele Leute gezogen worden ist und dann muss man das Ganze ja dann auch wiederum nach Deutschland holen, das kann man dann nur per Paypal machen, dann kommen dann 2% noch mal weg, also es summiert sich alles, landet im Ende auch in dem selben Bereich. Beleglage schlecht, also das kennt man ja irgendwie von amerikanischen Unternehmen, die wissen irgendwie nicht, was eine Rechnung ist, zumindest wissen sie nicht, was eine europäische Rechnung ist und das ist wirklich zum Heulen. Jetzt hier nochmal der Vergleich mit LiberaPay, mit dem Ansatz, hier gibt es auch Gebühren und zwar ich habe jetzt hier mal zwei Fälle dargestellt, also entweder man macht eine Überweisung oder man macht das mit einer Kreditkarte, Lastschriften haben nochmal einen Festbetrag, aber hier sind die Gebühren halt sehr überschaubar und am Ende und da hier das Ganze als Payment Provider in der EU registriert ist, fallen diese 19% nicht an. Das heißt auch hier bleibt von dem Betrag extrem viel übrig. Im Idealfall halt 99% wie super. Keine Ahnung wie groß das wird, wie stabil es ist, wie lange es noch da sein wird, aber ich finde es auf jeden Fall auch einen interessanten Ansatz, weil es eben hier aus dieser Community heraus geboren ist. Mit Kreditkarten sind die Beträge dann etwas höher, weil man auch hier wieder so eine Mischung hat aus Festbetrag und Prozentual, aber dann ist man irgendwie immer noch knapp bei 98%. Hier noch mal so ein bisschen im Überblick, da kann man das mal so sehen, jetzt alles nur mit 0% gerechnet, man sieht da schon extreme Unterschiede. Was lernen wir daraus? Kleine Spenden bitte nicht per PayPal, lieber einmal im Jahr. Das bringt auf jeden Fall mehr, den ganzen Betrag als das monatlich zu verteilen und es macht einen riesen Unterschied, wie diese Plattform Provider sich aufstellen, ob sie als Payment Provider arbeiten oder ob sie hier als Dienstleister im Wesentlichen für Paywalls arbeiten, weil ich denke, das ist so ein bisschen der Trend, wo es jetzt hingeht. Denn man muss sich fragen, was ist eigentlich der Mehrwert einer Plattform für mich? Man würde ja normalerweise erwarten, dass ein Dienstleister einem auch einen Dienst leistet. In dem Moment, wo es aber um Spenden geht, ist es ja eigentlich ein bisschen verkehrte Welt, weil wer schickt denn die Leute zu diesem Dienstleister hin? Ich doch. Ich sage ja, geht da hin, damit ich mein Geld kriege. Und in dem Zuge sollte halt möglichst wenig Geld verloren gehen. Und für diese reine Geld Übertragung finde ich, ist es teilweise ein bisschen zu heftig. Deswegen kann man glaube ich sagen, Spendenplattformen dieser Art sehen jetzt eigentlich das Modell im Paywall Bereich und das sieht man auch schon, dass populäre Podcasts hier versuchen, da über diese Klippe zu springen und zu sagen, okay, dann bieten wir jetzt einfach exklusiv unseren Content an, der nicht mehr frei verfügbar ist und dann landet das halt alles hinter der Paywall. Meine Angst so ein bisschen dahinter ist, dass wir so einen Winner-Takes-it-all Moment erleben werden, weil Leute sich dann für zwei, drei populäre Sachen anmelden und dann irgendwann sagen, das wird mir aber jetzt irgendwie zu teuer, da habe ich ja hier meinen Haus- und Hof-Podcast, brauche ich mir jetzt den Rest irgendwie auch nicht zu geben. Womit dann sozusagen da so eine Trennung ist zwischen sehr erfolgreichen Exklusiv-Angeboten und den anderen, die sich quasi mit dem Rest rumschlagen müssen. Gut, kann man natürlich sagen, dass der normale Verdrängungswettbewerb ist halt so. Freie Angebote werden natürlich weiterleben, aber geraten in gewisser Hinsicht auch unter Druck und dadurch gibt es natürlich wieder eine weitere Verstärkung in diese Sache. Für Podcasts sind die Paywall-Sachen auch für mich noch ein kleines Fragezeichen. Theoretisch könnte man ja Podcasts eigentlich wunderbar so machen, weil man bezieht das über so ein Feed, da könnte man sich ja einfach mal authentifizieren, aber das sind tatsächlich Probleme, weil Podcast Clients heutzutage anders funktionieren und solche Funktionalitäten wie ich melde mich jetzt hier für diesen Feed mit einem eigenen Passwort an, die sind irgendwie kaum noch unterstützt und ein zweites Problem ist, dass wenn man jetzt mit solchen Feed-Adressen arbeitet, wo irgendwie so meine User-ID eingearbeitet ist mit irgendeiner mystischen URL, die man nicht kennt, sondern die man nur exklusiv zugeteilt bekommt, alles super, aber kaum habe ich den Podcast abonniert, kommt mein Podcast klein und sagt, ach die URL, die kenne ich ja noch gar nicht, die packe ich mal in mein Verzeichnis und dann hat man sozusagen eine Million Subscriber in einem öffentlichen Verzeichnis rumliegen mit diesen ach so geheimen URLs und dann ist der Spaß irgendwie schon wieder vorbei. Da ist mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz klar, wie sich das auflöst, hier wäre sicherlich, weil ich sehe auch, ich will nicht sagen, dass es jetzt kein Grund gepayable zu machen, für so highly specific Content, der vielleicht extrem aufwendig gemacht ist und der wirklich nur für eine sehr, sehr, sehr kleine Zielgruppe sein soll. Ja, kann ich mir das alles sehr gut vorstellen, hier müsste man sich mal über technische Standards unterhalten, wie das laufen soll, derzeit sehe ich das allerdings nicht. So, jetzt ist meine Zeit wahrscheinlich schon vorbei, zwei Minuten, ich habe auch gar nicht so viel zu sagen zur Zukunft, muss ich sagen, das ist, weil ich nämlich das Gefühl habe, ich habe schon alles dazu gesagt, eigentlich ist das eine sehr gute Nachricht, weil im Prinzip alles eingetroffen ist, was wir hier seit Jahren predigen. Podcasts sind erfolgreich, Podcasts finden ihr eigenes Publikum, Podcasts sind irgendwie lebendig und Podcasts sind auch in der Lage, sich vielleicht technisch weiterzuentwickeln. Das allerdings ist derzeit ein bisschen schwierig, weil wir einfach sehen, dass die technischen Standards von größeren Anbietern durchgeführt werden, von starken Playern, die sozusagen nicht unbedingt jetzt ein großes Interesse daran haben oder vielleicht auch einfach nicht realisieren, dass man das vielleicht mal tun sollte. Von daher wäre es zumindest mein Wunsch, dass die starken Player hier mitspielen und das betrifft jetzt nicht nur so die Plattformanbieter, das betrifft auch starke Podcasts zum Beispiel. Wer irgendwie populär ist und wer so ein bisschen sein Herz am richtigen Fleck hat, sollte hier mal mitarbeiten. So bei denjenigen, die derzeit so aus Film und Fernsehen und anderen Prominenzecken in die Podcast-Welt abbiegen, sehe ich da derzeit ehrlich gesagt noch relativ wenig Bereitschaft. Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Wir mit Potlove, wenn es zumindest weiterhin versuchen, da aktiv zu werden. Morgen gibt es ja noch den Talk von Alex mit dem neuen Player, da werdet ihr sehen, dass sich da wieder einiges tut und auch der Publisher kriegt übrigens bald ein neues Update. Mal schauen, es gibt ein paar neue Standards-Initiativen in den USA, die gegebenenfalls hilfreich sein könnten. Ansonsten sehe ich auch mit Freude eine Professionalisierung hier in Deutschland. Wir sehen in der letzten Zeit sehr viele neue Podcast-Labels oder Podcast-Netzwerke, wie auch immer man sie nennen möchte. Sprich, viele haben sich dazu entschlossen, einfach mal das als Business-Modell zu machen, den einst und anderen Ballast abzuwerfen und hier eben ganz konkret in eine professionelle Planung von Inhalten zu gehen. Man kann also festhalten, Podcaster wird langsam zum konkreten Beruf. Das heißt, ich muss mir wahrscheinlich bald was Neues einfallen lassen, weil ich das immer so mag, wenn ich irgendwie Berufsbezeichnungen fallen lasse, mit denen keiner was anfangen kann. Aber man stellt halt fest, an allen Fronten, ob es die Stiftungen sind, ob es die Verlage sind, die Geschichten wollen einfach erzählt werden und hier sind Podcaster echt gefragt. Es ist einfach eine Gabe der Mitteilung, die ist einfach erforderlich an vielen Fronten, um diese Geschichten zu erzählen und ich denke, hier sind viele von euch dabei, die auch verstehen, was ich damit meine. Gleichzeitig denke ich, können halt auch Podcast-Initiativen beim öffentlichen Rundfunk einige neue Talente hervorbringen und wir müssen weiter beobachten, wie das so mit der ganzen App-Kultur und den Plattformen sich weiterentwickelt. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ist nicht so unbedingt von Vorteil. Trotz alledem, denke ich, sind wir auf einem guten Weg und das war es erst mal von mir. Ich habe pünktlich aufgehört. Ralf ist glücklich. Das hat es in neun Jahren, nicht in neun Jahren, aber in neun Subscribe-PPWs nicht ansatzweise gewesen. Auch ich entwickle mich weiter. Als Zuckerstückchen des Dankes würde ich jetzt sogar ausnahmsweise noch drei oder vier Fragen zulassen, wenn das okay ist. Weil normalerweise preisen wir schon immer so 20 bis 30 Minuten überziehen von Tim ein. Ich denke, das Thema ist ja doch ganz dankbar für, wie gesagt, so zwei, drei Fragen. Ich habe eine Frage bezüglich der Sachen mit den Umsatzsteuern. Wenn jetzt zum Beispiel Steady jetzt die Umsatzsteuer einbillt, könnte man nicht denn mit der Rechnung wieder zum Finanzamt gehen und sich die Steuer wiederholen? Ja, schön gedacht. Geht aber nicht, weil das nicht deine Rechnung ist, die da gestellt wird, sondern die eines anderen Unternehmens und deswegen geht das nicht. Das ist halt das Blöde. Genauso bei Patreon. Die wird pauschal abgeführt und ist dann weg. Darf ich kurz von Steady darauf antworten, auf die Frage, da ich ja nun hier schon sitze und deswegen eingeladen wurde. Also tatsächlich überweist Steady in diesem Fall diese Mehrwertsteuer einfach tatsächlich weiter an den Publisher. Insofern, wenn man genau das tun will, bekommt man die Mehrwertsteuer tatsächlich wieder überwiesen. Aber nicht die Mehrwertsteuer am Anfang, sondern die Mehrwertsteuer, wenn am Ende der Betrag überwiesen wird. Aber da kommt die ja noch zusätzlich drauf. Also von daher geht es wieder auf Null auf. Ich erinnere, das ist vielleicht morgen auch Thema in dem Workshop. Genau, kann ich es einfach nochmal genauer erklären. Also wir zahlen im Schnitt 83 Euro für 100 Euro aus. Sicher? Sicher. Ich habe ja gesagt, also Fehler können möglich sein, aber die Transparenz ist da auf jeden Fall mangelhaft und das sind einfach genau die Fragen, die besser verstanden werden müssen. Genau, und da freue ich mich morgen drauf. Der Abend ist ja auch noch lang und da wird man vielleicht noch die eine oder andere Klärung herbeiführen können. So, hier. Hi, du hast gesagt, dass du Werbung ja, als fragwürdig beachtest, wo genau ist da die Herausforderung? Dann ist ja so, dass die Podcaster, wenn es passt, sicher auch entsprechend die Themen und die Werbepartner aussuchen, die zu deren Themen passen. zum Beispiel bei Vegan Queens geht es halt ausschließlich um nachhaltige vegane Themen und das sind halt zum Beispiel Sachen, wo von vornherein der Podcaster, die Podcasterin sagt, das mache ich nicht und ich nehme nur den Content, der auch zu mir passt. Und in meinen Augen und wir setzen ja verschiedene Kampagnen um mit größeren und auch kleineren Podcasts, ist das eine super Alternative, denn du hast ja auch gerade gesagt, das Thema Podcaster wird immer mehr zum Berufsbild, ja, das sehen wir auch so, daher kann ich deine, ja, doch Kritik daran nicht so ganz nachvollziehen. Na Kritik, ich habe halt gesagt, es wird halt so und so gesehen. Ich persönlich empfinde das in meiner Arbeit als schwierig. Ja, nicht unlösbar, aber schwierig, weil es halt einfach die Botschaft ändert. Es muss halt jeder so machen, wie er möchte. Also ich sage jetzt auch nicht, das darf nicht getan werden. Ich habe ja auch nur gesagt, es gibt auch andere Wege, ja, die sich auch bewiesen haben, dass sie auch funktionieren und letzten Endes bedeutet das ja auch eine Mehrarbeit. Es ist ja nicht so, dass jetzt da nur mehr reinkommt, man muss sich da halt irgendwie entweder mit Dienstleistern zusammentun, die einen ja dann sozusagen von Werbepartnern auch nochmal weiter entfernen, ja, oder man hat selber sehr viel mehr Arbeit damit, um dann entsprechendes Marketing zu machen, um dann irgendwie entsprechende Partner auch zu finden. Okay, eine letzte Frage. Okay, das spielt in das rein, was ich mir überlegt habe beim Thema Podcaster-Genossenschaft. In dem Moment, wo man Umsätze in ein gemeinsames Unternehmen verlegt, ist das Thema Umsatzsteuer außen vor. Das ist aber keine Generallösung. Es gibt sogar nach der jetzigen EU-Rechtslage noch Möglichkeiten mit Niederlassungen in anderen EU-Ländern da den Abzug einzusparen, aber da ist ganz klar zu sehen, dass das in den nächsten Jahren mit Sicherheit geschlossen werden wird. Also ich weiß nicht, ob man sich das antun will. Also es gibt durchaus noch ein paar Möglichkeiten, diese Elende 19 Prozent ein bisschen zu vermindern. Mehr dazu gegebenenfalls morgen. Das war jetzt keine Frage, von daher sage ich da jetzt nichts so. Okay, vielen Dank nochmal an Tim. Der Abend ist dann noch lang, das heißt, das Thema wird sicherlich noch weiter diskutiert werden. Vielen Dank. Vielen Dank.